willkommen zurück auf meinem kanal freunde mein name ist denn es schön dass wieder dabei seid ja heute zeige ich euch fünf dürfte mit denen er einfach besser riecht als andere damit steht ihr den anderen die show das ist so weil sie kommen sehr sehr gut an ich habe süß mittelsüß männlich leder und wird sich frisch und so weiter fünf stück ich sage euch wirklich die gerichten einfach besser als die anderen wenn ihr in raum kommt das ist einfach faktum so und ja wer das erst mal hier ist drückt bitte die glocke bleibt hier das wird mich natürlich freuen und besucht auch gerne meinen shop würde mich natürlich auch freuen und dann denke ich mal fangen wir an der erste ist der lehmann elixir ja der ist noch nicht so lange raus aber der kommt so was von gut an so was von gut an und es werden einfach noch nicht jeder haben und es ist ja so so ein thema das mache ich mal ab kurz es ist ja so so ein thema wie viele leute tragen wirklich parfüm natürlich gehen wir jetzt davon aus wenn ich so ein video mache ihr richtig besser als andere dass ihr in bars in clubs geburtstag wo auch immer seid und dann ist dieser neue elixir nice ihr habt sie ur dna drin und dann richtig schön was süß fruchtiges tonga bohne vanille und minze dazu und das heißt er ist auch noch frisch und das hat richtig stil ja der ist also der ist wirklich gut geworden da finde ich macht dann oder legt dann noch mal eine schippe drauf zu den parfüm und ja das elixir wenn ihr es noch nicht kennt sollte der auf jeden fall erstmal testen so dann kommen wir zu einem bleder duft ja und leder ist ja immer nicht so einfach auch nicht für mich also ich mache nicht jeden leder duft und wenn er jetzt denkt es kommt von vor nein dann habt ihr euch getäuscht und zwar redig von falcon letter matier premier das ist für mich ihr riecht dann einfach besser es ist ein duft der bei frauen auch wunderbar ankommt und das ist ja nicht immer unbedingt gegeben wenn es um leder dürfte geht das ist geil safran ist natürlich hier auch am stadt safran hat immer irgendwas und safran das ist außerdem entweder mag man es oder mag es nicht der ist natürlich auch sehr stark der ist präsent der ist da der nimmt den raum ein das darf man auch nicht vergessen hier ist auch noch bergenteer drin also es ist männlicher starker duft und ja den solltet ihr auf jeden fall vielleicht nicht blind bestellen aber testen testet eben wenn ihr so ein laden store in der nähe hat dann solltet ihr mal testen der kommt wirklich gut an ihr könnt ihr nicht überall tragen also aber der hat was der hat was er wird auch leicht anschmiegsam süßlicher wenn man ihn trägt deswegen kommt auch gut bei frauen an also sehr nice so der nächste den prang ich euch ja schon seit längerem an weil alle immer nur den anderen ihr benutzt entweder den extreme oder den zitronenkuchen durfte ich komme jetzt gerade nicht auf den namen aber das original von chanel chanel sorry allure lassen so viele liegen er ist so geil das ist so ein geiler duft so ein geiler duft ihr werdet gefragt welchen duft ihr tragen der ist erstmal nicht nur weil er frisch ist sondern holzig fruchtig mandarine und orange fersich ist drin das ist aber nicht ja nicht so fersich ihr merkt den fersich nicht der ist nur dabei ist kein fersich duft zum beispiel also kein bitter peach und so aber ist so also es ist so ein männlicher duft ihr seid einfach am start mit diesem duft ich weiß nicht warum ich finde auch nicht dass der irgendwie nach opa oder alten mann riecht ich weiß nicht was das für ein gesülze ist ihr sollt echt mal ich verstehe das natürlich ist macht nicht jede haut das ist klar aber sau nice und weil es heute zum beispiel warm ist auch ja er funktioniert einfach er funktioniert einfach auch wenn es warm ist er funktioniert das ganze jahr er funktioniert im büro einfach ein nicer duft von chanel aber chanel weiß auch wie es geht so und der nächste ist pegasus exklusiv jess von parfum somali ich finde den exklusiv einfach geil einfach besser als das original das original ist gut ne aber das ist hier männlicher eleganter die natürlich ist die mandel da aber dieses metallische wurde rausgenommen die mandel ist am start vanille ist auch am start es ist so einiges bergermotte sogar drin und so weiter aber im grunde genommen ist es immer noch ein mandel vanille duft aber nicht so süß mehr und einfach männlicher maskuliner gemacht und ja das ist auch der flakon ist sehr nice und der duft ist einfach ein traum und der funktioniert die riecht einfach so wird fast keiner richten es werden nicht so viele den pegasus exklusiv haben so einfach und er ist einfach exklusiv punkt dann das ist einfach so also den solltet ihr mal testen ja ihr mögt bestimmt das normale ding aber testet echt mal ihn testen nicht aufspüren sagen ist nichts testen wirklich testen ihr solltet ihn länger testen was habe ich gesagt ihr solltet auf jeden fall testen jetzt zu guter letzt kommen wir zu einem duft der auf parfum zum beispiel viel zu schlecht weg kommt für mich war das sofort ein meisterwerk ein zehn von zehn sterne duft das wird von goldfield und banks wow 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 und es ist wirklich ein duft ich hatte das ja schon letztens erwähnt wo ich den duft ich kannte den noch nicht finde die marke gut aber den duft kann ich noch nicht und ich habe tatsächlich mal weil ich das samt nicht so gut fand ich wiederhole das jetzt auch viele leute die das nicht mitbekommen haben bei linie sense gesehen und die hat weil sie hat über urlaubs dürfte geredet und das fand ich interessant und da war dabei und sie sagte der gehört zu südafrika und ich sage ja perfekt passt aber auch zu nanibia ist ja auch afrika aber afrika ist groß wir wissen das und wer schon mal da war nanibia oder auch südafrika der weiß dass dieser duft passt perfekt und es ist so passt auch zur frau aber so ein männlicher duft trotzdem und so genial ist ich habe lange das ist einer der wenigen der letzten zehn jahre so einen genialen duft gerochen wirklich weil es ist alles es ist viel dasselbe natürlich gibt es auch mal wieder was anderes und so weiter auch in anderen richtungen wo ich trotzdem gesagt habe wow und geil aber das absolut nice sandelholz patchouli cardamon das mandarin das alles drin und dann dieses holzige männliche würzige absolut nice den solltet ihr auf jeden fall unbedingt testen dessert rosewood von goldfield und banks absolut starker duft ja leute das waren meine fünf düfte mit denen riecht ihr einfach anders und besser leute testet das aus und vor allem in den letzten werdet ihr einfach das ist nice und da liegt die betonung auf nice wieder doch immer so schön sagt ja leute dann war es das auch schon wieder denn hab noch einen schönen abend und dann denke ich mal sehen wir uns bald wieder